Paul der Huma hat meine Tür weggeschrengt Das sah so groß und wesentlich klobig aus Also den Benzin kann ich verschmeißen wir mal lieber raus Ja ich glaub die Takt in Europa war damals ganz gut ne? Ja nur halt als der Tank gekommen ist war's ein bisschen doof Du Hums den da rein Also ich bleib hier am Fenster Dave ist an der Tür Ich bin an der Treppe Und ich bin hier Da steht ein Dave an der Tür Ein echter Dave an der Tür Das ist unmöglich Schön dass ich nicht der einzige bin der solche Klasse Ja Also ich kenn das höchstens mit Pferd Wow Weil du kennst nicht den Klasse Achtung Chuck hier auf mir Chuck auf mir das zieht mich nach draußen Nach draußen Nach draußen leider Chuck ich bin tot Hey Unten Ich bin Da ist ein Hasen Oh 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 Ehe 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 das wird geht noch viel schneller und dann wird das zum Weltraum wieder er will nicht mehr ich noch mehr da kommt noch mehr vorhaben Dorn wenn ich mal wieder belegen wird durchgeführt die Versöhnliche Zeit und zu erlauben hat auch noch nicht mehr in die Arbeit ach ja bevor er noch weiterum meckert und bestürtet danke Danke, ihr lasst alle weg, ne, während ich mich hier beleben möchte Oh, oh, ich glaub, da kommt was Großes Ich mag mich mal grad heilen Von wo? Da, klang so nach rechts Schieß rauf Oh, die Kay von rechts Bratz den Tank Wo denn? Der ist rechts Komm aus Er brennt Ein brennender Affe So ein Affentheater hier Wo ist er hin? Wo ist er? Er ist down Er ist down Ach, ja, unteren Medisch sind weg, ne? Ja, ich hab eins genommen Ich hab was gehört Mal wieder rein Brauch mal schnell Munition Also das war gut, das weg Ich hab Bumer-Kotze Dann mach dich sauber Achtung Schlagerfeuer, Lied Und da die Dave Na, 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 geh so kaputt Ja, was denn? Doch Hier oben, Schnucki Komm mal hoch Marokka, oben auf dem Dach Okay Hoa Spitter, später bei dir Dave Und raus da Teil mich kurz Ja, ist okay Hast du dich erwischt irgendwie? Ich glaube, du lebst noch, ne? Das ist ein bisschen unpraktisch mit einem großen Loch mitten in der Wand Hand auf mir, Hand auf mir, Entrenner, Entrenner, Hand auf mir Bin unterwegs Danke Oder den Ullabend, der wanset hier eine Reise und praktisch für mich Ich glaube, ich habe noch wenige Ketten, nein, nein, habe ich auch schon geguckt Spitter Ich habe höchstensache, ich habe höchstensache, ich habe höchstensache, aber ey Oh, fuck, Schunk Heimann, kann ich gerade nicht umgeben, komm mal hier rein Hat die noch irgendwo, liegt die noch Molli oder sowas drum? Ja, hier Scha, scha Ja, ich kann ihn schön weggehauen Okay, auch wollte wohl nicht Der wollte Hallo sagen Ja, ja Geh mal ganz kurz lang, hier so ein bisschen Ruhe ist Dankeschön Und ein Muni holen Danke, ich streichel Ich komme wieder hoch Danke dir Null Probleme So Für einen Hunter Hunter unter mir Jetzt hat er David Hunter unter sich Vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen mehr Items einsetzen Wieder der nächste Tank Auf mir Hunter, Hunter, Hunter Draußen, Draußen, After Danke Links, er kommt von links Und links Roger, der Ich habe ihn nicht in Brand gesetzt, ich habe ihn nicht in Brand gesetzt, Achtung, er kommt Er kommt, gut Wo ist links genau Zeigt ihn mir, bitte Wenn du zu Hause rausgehst Na da, wo der Affe ist Ja, ich habe Oh, Adrenalin, fuck Das erwischt Oh, war da, Katze, auch Verwischt Nein Weg da Gut, du bist nicht im Wasser gelandet Ich bin ja ein bisschen aus der Reihe getanzt Sorry Hoch, 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 komm Und tank, tank immer auf den Denkballern Ja, wir sind früher noch hinein, aber er lebt noch Super Tank down Fuck, 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 fuck Ah, hinter dir ist ein Sitter gewesen, wie es ausschaut Ja, ich versuche gerade irgendwie Boot ist da Ich versuche Ab ins Boot Ich bin ja gar nicht so einfach am Boden zu zielen, ey Zieh ich da noch mal ab, Bob Ja, was meint, was es gab, der Zeitversuche Geht rein, geht rein, geht weiter, geht weiter, geht aufs Boot Hey, hilf mir Ich hilf mir hoch Oh, 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 oh Zack, Leute, Hunter Und damit hier Ich habe mich gefragt, mich hat er, mich hat er Ich habe vergesst mich Oh, okay Nein, nein Nein Das war nicht so schön Ich lass hier nebenan zurück Ich glaube, dass du dich jetzt nochmal Das ist so schön… Achso, ich habe ja noch ein MIDI Noch mal vom Vorn Es war so hoch, es war schön Naja, das war eigentlich richtig gut, aber Mir fehlt grade Scheiße ja, wir haben alle kein Mediket doch so, Moni, zack äh, Bob und Chunk auch oh fuck, ich muss mich noch heim, sagt mir das doch bei, heilig gut, warte, jetzt, am besten jetzt warte, ich warte die Tür zu Bob gemacht sich da rum jo 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 jo, äh was Bob gut gemacht au, wer haut mir denn da die Tür in den Nacken das war typisch Chunk, ey sorry immer dasselbe du behandelst mich hier immer wie ein Stück Fleisch und ich muss sagen, ich schwirr sei ruhig, weil ich doch keinen Wasserschein habe na hallo Smoker, tschüss Smoker Bratpfanne, Bratpfanne wo ist die Bratpfanne hier ist noch Adrenalin, Leute Oma Leute, dass ihr euch immer ankutschen müsst, ne gegenseitig, bleibt jetzt einfach hier in der Ecke und hau, was ist denn um die Schocki ungekümmert hier ist noch Adrenalin, ja hab ich schon gewohnt was rumliegt das Leben hier gibt's nicht noch keine Bratpfanne, das kotzt mich an so, jetzt noch mal oh mein Gott, wir sind verloren, Chunk, hast keine Bratpfanne du kannst ja versuchen den Grill mitzunehmen und dir daraus was zu holen Chunk, magst du nicht mal probieren? ach, lass gut sein, ich weiß wie das geht ne, das klappt nicht ich bin ein süßes Hästchen, ich hüpfe hier herum drum sag doch mal, ich bin ein ziemlich alter Hase ich bin volles Playboy Bunny das ist ein alter Rammler also ich finde es ein bisschen gemütlich hier Boomer, ich höre ein Krümelmonster oh, im Bausch in die Kost ich finde das echt zum Kotzen hier was auch irgendwo da ist der Hunter ja, bei mir dort rum, wie alles andere muss, dass ich den da in den Wien habe den Splitter im Bau was ich tue, ich schieße ich schieße erst und stelle dann Fragen wer ist? oh, ich bin gerade durch die Splitterkacke gelaufen das war gut heiß, 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 heiß ich war nicht so schlau ich bin ein süßes Hästchen, ich hüpfe hier herum hier sind noch nichts mehr ich räume hier erstmal so ein bisschen auf Tablettchen und hier liegt diesmal keine Pipe, oder? doch, da liegt einer hier liegt noch Molly, ist nicht noch Molly ne, ich habe ja einer dabei, aber eben noch die Molly ist hier mit auf dem Schlussguck gibt es hier nichts und hier ist zu schreit mir auch, holst du Molly von hier noch? ähm, Bob, wachst du schon mal sich an? ja, hier, hol mal hier eine her hier sind noch welche sonst sind sie eh zu weit weg okay, gut, ich komme zu dir groß kann man immer nehmen jetzt geht die Tür auf, danke und riecht denn hier sonst noch was? hier ist noch was ah, bei mir der Grillhütte dann muss ich da mal nicht finden ich nehme die Pipe, das ist mir lieber da ist ein Anziehenkanister, der bleibt jetzt da so, falls der Tank von hier kommt, von dem Haus hier ich habe hier ein Kanister hingelegt ja, ich habe es gesehen, ich habe hier unten wenn ihr mal guckt, hier hier unten ist ein Kanister der riecht da auf dem Holzteil da, da vorne ist ein bisschen weiter vorne Bratpfanne 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 hey, Bob, gib mal einen Hamburger raus, bitte und Pommes rot-weiß hallo Moment, wo haben wir denn da? ich kann dir eine abgehackte Hand anbieten ja, warum nicht? Bratpfanne einmal bitte mit dir hat keiner gesprochen, kleiner hast du ein eiskaltes Händchen? natürlich oh wo draußen liegt ein Defi, ich habe da eins hingelegt ja weil ich mir die Tür zu ah, hier ist ja noch ein Loch, das ist ja gar nicht gut hier ist wieder die Familienparade hier draußen liegt noch Molly und eine Pipe ich glaube, ich gehe mal lieber hier unten hin ich weiß nicht, ach, da ist ein Benzinkanister, das ist alles da ich bin hier so in der Ecke, ne? so gut, dann können wir mal, ne? bleib ich diesmal an der Tür? ich glaube, ich bleib hier an der Tür ja, 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 ja Dave bleibt Dave ist draußen, dann will ich aber draußen bei Dave sein, weil Dave Rückendeckung braucht ein bisschen ich bin direkt auf der Treppe und wisst ihr was wir machen gleich? weil mich das schon ein bisschen ankotzt Charger unten drin oh, ich komme mit dem Ding da nicht so weit ich komme auch nicht so klar damit tschüss, Charger okay, gehen wir wieder rein der kam hin da rein ist kaputt, aber er kam nicht rein solange der Tank nicht kommt, können wir hier drinnen vorbei lalalalalalalala sowas kaum steht man ach, so, nur wegen der Pipebomb Hallo Jockey höchstjockey höchstjockey ja, ne, weil wir haben aktuell mehr als genug Granaten und alles mögliche hier, find ich 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 hab keine Eingang ih, Spitter ih, geht, geht, geht das heißt nicht, dass wir bei der... okay, okay, ja, der kommt genügend schon ein bisschen Hallo Smoker ah, fuck, fuck ah, den hab ich leider, dankeschön äh, Boomer-Oner, wo kam der denn jetzt her? ach, ich bleib mal lieber unten, nicht, dass ich die alle zu euch ziehe ja im Wissen Spitter Spitter na, schon wieder äh, sehr schön hab ihn, ne Bob am Boden, Bob am Boden Bob am Boden na, der Boomer hat mich doch ein bisschen soll ich zu euch kommen, was zu euch kommen angeekelt Dankeschön, da war noch einer Vorsicht, Boomer Vorsicht, der kommt zu euch gut, gemerkt der sieht, ich hab mich ja voll gerade aufgehalten der hat die Tür gesprengt da kommt ein Jockey warum lauf ich denn auf einmal an die Achtung, Achtung, Achtung bleib auf, Bob, auf, Bob was soll denn das? ich glaub da hey, ich glaub direkt an der Tür zu stehen war doch nicht so eine gute Idee versuch hier so ein bisschen aufzuräumen man sieht zwar schon ein paar spezialinfizierte ab aber das war dann wohl soweit ich muss mich ganz kurz irgendwie mal verstecken und mich zu heilen Achtung, Hunter, 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 Hunter so so unten liegt noch Medi, ne notfalls weg dir unten Defi also, Chunk, heide ich bitte Chunk, ich komm zu dir runter geh am besten in die Kammer rein, Chunk, wenn du dich heilst Ah, Smoker! 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 ich bin in der Kammer und ich hab meine Ruhe Alter Fick euch der ist hier, der ist da ganz blöd in der Ecke Wollte wieder hochkommen vielleicht zu? ja, komm hoch, komm hoch ich komm jetzt doch wieder lass uns in die Buße rein und da drin verschanzen so weit wie möglich Bob, jetzt geh hoch! bitte bin doch schon dabei ja, wegen dir häng ich dir fest, ich bin festgebackt grad jetzt mag ich mich heilen Bob, du heilst dich auch jetzt äh, ich hab grad keine Ahnung da unten ist mir jetzt haben wir dir gesagt Halle raus, kurz gucken wo der Hänger kommt wo unten oder wo? unten, immer noch ach so na dann hol ich mir das schnell noch mal Tank kommt von links steht in Flammen gut und immer drüber geht mir vom Sack hab ich mich drauf noch darum gekümmert ich verzieh mich wieder in meine Heilkammer Vorsicht Tank kommt hoch da 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 ganz viel Bleige geht weiter weg da ui, jetzt bebt aber die Hütte so, Tank down Tank is down Tank is down hat hat hast du die Hütte geholt, Bob? jo, ich bin geheilt đấy, häl die auch mal solang du kannst solang es dir rückt vorsicht geht äh, ich hab ostatrinalin aber ich kann mich doppelt so schnell heilen gut kein Problem kürng smoker ich werfe gleich ne Pipe ich warte aber erst ab dass wir das nochmal haben und er ist kaputt so molly habe ich auch noch ich habe auch noch eins So Mit dem verdächtigen Fall aller Fälle Ich geh kurz runter Komm wieder hoch Hab mir nämlich nur Muni geholt Achtung, Jockey auf mir, der kommt hoch, danke Perfekt gelaufen Unerledigt Der Jockey kam perfekt Ja, wo wollen? Achtung, Ray, hinter dir Hinter mir, was ist da? Ach so So Ich glaube, der kommt von unten, der Hunter Ja, da kommt er Danke sehr Ah, Problem Der kam direkt von der Treppe Besehen, hab ich noch Ah, da kommt ein Job Alter, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Warum? Rechtsklick, wenn da gesprungen Aufs Rechtsklick Guckt der nicht Denke mal, die kann ich dann von dort am besten abschießen Aber na, springen seinen direkt an So Tauschen wir einfach mal die Plätze Hat jemand noch irgendwas zum Werfen notfalls gleich? Ich hab ein Molli, ich hab ne Pipebomb noch dabei Jetzt haben wir auch noch ne Molli Bei, bei der nächsten, bei der nächsten Welle denke ich mal, kann man, wenn der Tank ankommt, äh, so ne Werfen dann Oh, Smoker auf dem Dach Smoker down Grad relativ ruhig, Gott sei Dank Tank Oh, oh, ich glaub, da kommt einer Ne, noch nicht ganz Ist da nicht irgendwo? Ja, hab ich grad sagen Ich hab nen Spitter gehört Ja, ich steh drin Ja Die Frage ist, wo ist der Spitter hin? Ei, ei, ei Ihr schon mit dem, von wo der Tank kommt? Nein, doch, keine Ahnung Doch, von unten Von wo unten? Der Tank ist auch frei, oh Oh Kommt da die Treppe hoch gleich? Ne, bei der Treppe sicher ist es immer noch draußen Okay Ah, jetzt ist ne Ihre Treppe raus Okay Er kommt, komm hoch Okay, jetzt ist er oben Ach, weg, 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 weg Er ist hinter mir her Einfach im Kreis ab, die ganze Zeit Acht, er hat mich, 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 er hat mich Ich bin gleich tot Tot Fliege Ich hab hinten irgendwie gefangen Ei, 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 ei Gib Deckung Mhm Gib mal Adrenalin rein Boot ist da ab zum Boot er hat mit ersten Städte er hat den Teil der Handball Antwerp wo das Boot hin los kommt ein paar 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 Zeit ich muss werfen Achtung Schanklauch was muss e und das ist so das läuft das war ein kleiner Ich wurde abgestoßen. Ey, ich bin rein! Ey, scheiße! Ray! Ähm... Ray, zum Beispiel haben wir jetzt keine Zeit. Das hat dir so nass. Ich wollte ganz nach hinten ins Feuer geworfen. Alter. Ah, nee. Alter, ich bin richtig zurückgeflogen vom Boot. Ja, ich auch. Jetzt kann ich wenigstens mal ganz kurz auf Toilette gehen. Komm, wir stehen ja noch im Wasser. Das ist so gar nicht. Wir stehen einfach noch im Wasser. Hammer. Überlebende konnten fliehen. Ja, alle haben überlebt. Uhu. Ach, ja. So, ich bin ja gespannt für die Stats hier. 51 Minuten. Ja, nicht besonders wahrscheinlich. Bin einmal tot. Na, wir sind alle einmal tot, ne? Bob, zweimal. Aber dafür war ich da häufiger außergewöhnlich. War auch die Schmerzmittel. Ihr habt mehr Anstock verbraucht als ich. Aber ich hab ja halt die Schmerzmittel. Ich hab wie bescheuert, der mich den ganzen Tag gehalten. Musste dir auch die ganzen Sachen wegnehmen. Ich hab sieben Mollis geworben. Rohrbomben bei mir dann. Der Hälter mit Galle natürlich. Nahkampf killt es Chunk. Nahkampf? Natürlich. Hä. Er hat nur mit der Bratpfanne um sich gehauen. Er ist auch der Erfinder des Bratpfannen-Joyotsu. Pratpfanne fuhr, wenn ich mit dem Dorf. Ja, bei den gewöhnlichen Schaden erlitten, waren wir relativ gleich auf. Hat am wenigsten Schaden erlitten. Dave natürlich. Ja, wenigstens Verbündete getroffen, he? Chunk. Dave, Dave, Dave. Chunk hat gut wiederbelebt. Genauigkeit, 27 Prozent. Beschützt, 23 Prozent. Ja, da haben wir mal gut diesmal. Kopfschüsse? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn der Bratpfanne immer auf den Kopf ziehen. 2040 Zombies, ja. Klong. So schön. Ach, gerne. Ah, ja. So, nächste Kampagne. Gummi. Ja, da ist jemand auf Toilette. Ach so. Dann mache ich ganz kurz auch eine Pause. Bin gleich wieder da. In Ordnung. Dann mache ich es aber so, dass ich ganz kurz das Video stoppe, die Session mache und dann Tischenspeicher. So würde ich das sagen. So, entschuldigt. Da bin ich wieder. Ach gut, also auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö. Bis bald. Bein geklickt. Haha.